Zum Tagesgespräch begrüße ich Jürgen Krobok, langjähriger Außenpolitiker, Staatssekretär, Krisenmanager und Diplomat in schwierigen Missionen. Herr Krobok, lassen Sie uns zuerst über die Ukraine sprechen. Russlands Außenminister Lavrov und Bundesaußenminister Steinmeier haben bei einem Telefonat erneut über eine Entspannung im Ukraine-Konflikt beraten und währenddessen flammten in der Ostukraine wieder Kämpfe auf. Was würden Sie denn heute amtierenden Politikern raten, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen? Oh, das wäre ein bisschen anmaßend. Ich glaube, dass der Außenminister eine sehr gute Krisenbewältigung betreibt im Augenblick. Er setzt auf den Dialog das Einzige, auf was man setzen kann. Er führt auch den Dialog mit dem russischen Amtskollegen. Der runde Tisch, der eingesetzt worden ist, mag zwar keinen großen Erfolg gebringend, aber er dient ja auch zu einer Vertrauensbildung. Man kann nur auf Dialog setzen. Militärische Maßnahmen sind völlig unmöglich. Die Frage ist, wie weit Russland überhaupt in Kontrolle ist. Natürlich auch, was die Widerstandskämpfer dort und die Separatisten in der Ostukraine angeht. Aber ich glaube, dieser Weg muss weitergehen. Allerdings verbunden auch mit sehr klaren Androhungen, letzten Endes Funktionen, wenn Russland in irgendeiner Weise gerade auch die Wahlen boykottieren sollte. Sie waren ja in vielen heiklen diplomatischen Missionen in der Vergangenheit so eine Art Red Adair, also eine Art Feuerwehrmann der internationalen Politik. Wenn Sie jetzt gefragt würden, ob Sie bereit wären, als Vermittler in irgendeiner Weise tätig zu werden, was würden Sie tun? Das wäre sehr ehrenvoll, aber ich glaube, ich komme dazu nicht mehr in Frage. Die OSZE ist ja manchmal tätig, auch mit dem Kollegen Ischinger, der dort im Grunde dort zumindest die Gespräche moderiert. Aber ich glaube, Vermittler, die dort tätig werden können, können wirklich sehr, sehr hochrangig sein, die auch einen Einfluss haben, deren politisches Gewicht selbst mitbringen und natürlich auch mit Rückendeckung sowohl des Westens, also der Amerikaner, der Europäer, auch Deutschlands und natürlich auch von Russland. Sie sind durch und durch Diplomat. Sie wollen Ihren Nachfolgern keine Vorschriften machen. Aber ich will es noch einmal versuchen. Wenn Sie die Chance hätten, in diesem Konflikt etwas zu tun, was wäre das? Ich würde genau das tun, was getan wird im Augenblick. Auch zum Dialog mahnen. Sehr vorsichtig sein, umgegangen mit Sanktionen, die ja auch durchaus problematisch sind, gerade auch für die deutsche Wirtschaft, für die europäische Wirtschaft. Und dies ist der einzige Weg, der geht. Und ich würde allerdings auch sehr deutlich machen, dass das einzige Mittel gegen auch Russland ist, um Russland zu überzeugen, letzten Endes Energiepolitik ist, die wir nutzen müssen, um ein klares Signal an Russland zu geben, dass man dort sehr kurzfristig denkt, aber langfristig verlieren wird. Wenn die Energieabhängigkeit des Westens sich vermindert, dann werden Sie auch Ihr Öl woanders verabsetzen können, aber werden jede Chance einer Modernisierungspartnerschaft mit uns für die Zukunft verspielen. Und das brauchen Sie, um dieses Land selbst unabhängig zu machen, als nur von Energie abhängig. Sie sprechen von Sanktionen. Sie glauben also, es ist durchaus möglich, dass man Russland, dass man Putin durch Sanktionen auf einen vernünftigen Kurs zwingt? Ich habe großen Zweifel, was Sanktionen angeht. Die Amerikaner wollen ja sektorale Restriktionen haben, Sanktionen haben, also ganze Sektoren einschließen. Sehr einfach für die Amerikaner, die ja wenig Handelsbeziehungen mit Russland haben, im Gegensatz zu uns. Was Sanktionen angeht, sonst. Die Briten sind dafür, aber mit dem Ausschluss des Kapitalmarktes. Die südlichen Länder der Europäer sind sehr, sehr besorgt, weil Zyper noch unabhängig ist von Russland. Und wir, wie gesagt, was Sanktionen angeht, haben natürlich Probleme, weil wir sehr stark verflochten sind in Russland. Der deutsche Mittelstand ist sehr stark investiert in Russland. Also Sanktionen sind sehr, sehr zweifelhaft. Ob sie wirklich etwas bewegen würden, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, der einzige Hebel ist letztendlich nur die Energiepolitik. Ich würde gerne noch über einen zweiten Brennpunkt der Weltpolitik mit Ihnen sprechen, über Nigeria, vor allem über die dort entführten Schülerinnen. Sie selbst haben einmal eine Entführung erlebt, als Sie mit Ihrer Familie, mit Ihren Söhnen unterwegs waren im Jemen und mussten dann zunächst allein zurechtkommen. Und dann wurde Ihnen geholfen. Aus der Erfahrung und aus anderen Entführungsfällen, in denen Sie auch als Feuerwehrmann eingesetzt wurden, was würden Sie raten? Was könnte die Welt, was könnte die internationale Gemeinschaft in Nigeria tun? Also meine Entführung damals im Jemen war völlig anders geartet. Es war eine Stammesentführung, die auch nicht so dramatisch war. Eher vergleichbar ist es vielleicht mit der Entführung der westlichen Geiseln in Algerien und Mali. Aber auch das ist anders geartet. Da war auch nicht die drohende Gefahr, auch nicht die Ideologie so stark dahinter wie jetzt. Aber was hier passiert, ist eben so unmenschlich, so schrecklich. Und es ist schon richtig, dass die Welt dagegen aufsteht. Es ist auch richtig, dass man versucht, die Mädchen zu finden durch Einsatz von Flugzeugen und aller technischen Mittel. Das bemühen sich auch gerade die Amerikaner drum. Aber man wird sich ausschließen können, solange der Terrorismus dort weiter herrscht. Und diese Gruppierungen, diese Fanatiker nicht endlich unter Kontrolle gemacht werden können. Aber in einem Land, was ja vom Staatszerfall bedroht ist im Augenblick, ist es außerordentlich schwierig. Was glauben Sie, was unterscheidet denn bei Entführungen nun Terroristen von, ich sag mal, gewöhnlichen Verbrechern? Wie anders muss man da reagieren? Wie muss man da anders vorgehen? Mit gewöhnlichen Verbrechern kann man verhandeln. Da geht es ja meistens um Geld oder konkrete Forderungen. Bei mir selbst damals im Jemen ging es um die Freilassung von Gefangenen durch die Regierung. Im Jemen ging es auch um Lösegeld und andere Fragen natürlich. Aber man konnte verhandeln. Aber mit diesen Boko Haram kann man eben nicht verhandeln. Die sind fanatische Ideologen, die auch ihre Religion durchsetzen wollen, die einen Gottesstaat errichten wollen, denen es überhaupt nicht darum geht, Menschlichkeit zu zeigen, die gar nicht bereit sind, über das Schicksal dieser Mädchen zum Beispiel zu verhandeln. Ich glaube, das ist völlig hoffnungslos. Auch Verhandlungswege bekommen, durch Verhandeln bekommt man es dort nicht gelöst. Dort muss man im Grunde ansetzen, dieses Land jetzt auszutrocknen von Islamisten. Und das bedarf eines ungeheuren Einsatzes. Und zwar eines Einsatzes auch bei wirtschaftlicher Entwicklung, bei der Verbesserungs- und Lebensbedingungen der Menschen dort. Und natürlich auch einen sehr starken, massiven Einsatz gegen diese Gruppierungen. Sehen Sie auch das Problem, zum Beispiel bei Boko Haram, dass man, wenn man gegen eine Terrororganisation vorgeht, damit ja letztlich auch gegen die Anhänger dieser Organisation vorgeht. Und man weiß ja überhaupt nicht, wie viele es davon gibt in diesem Land und wie das Land dadurch schon instabilisiert ist? Das weiß man natürlich nicht. Aber das ist doch eine ziemlich festgefügte Gruppe, die man auch identifizieren kann. Man kann dagegen vorgehen. Aber das heißt, man kann dagegen vorgehen, nicht mit militärischen Mitteln. Aber man muss insgesamt die Situation im Lande verbessern. Man muss Arbeitsplätze schaffen. Man muss Perspektiven schaffen für die Menschen. Es ist als langfristig gedacht, löst sich das Problem jetzt. Aber nur so geht es. Man muss es austrocknen. Austrocknen diese furchtbaren Gruppierungen, die dort tätig sind. Aber eben durch eine Verbesserung der Lebensbedingungen im Land selbst und natürlich auch durch Einbeziehung der Nachbarstaaten, die auch noch Unterstupf geben könnten. Also hier versuchen wirklich eine gemeinsame solidarische Handlung in der Region zu erstellen. Jürgen Grobock, vielen Dank für dieses Gespräch.